Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zurück zu Ultima 7, die Schlangeninsel. So, also eigentlich wollen ja die Leute nicht so richtig mit uns reden, aber ich hoffe, dass die Dame, die scheinbar Bäuerhund ist, uns zumindest mal Essen verkaufen kann, damit wir da mal eine Quelle haben, falls es dann irgendwann mal eng wird. Wir reden jetzt mal mit ihr, aber ja, ich habe nicht ganz so viel Hoffnung, aber wir werden sehen. So, was kann ich denn für euch tun? Ich bin die Witwe Hanna, die Heilerin von Monitor. Außerdem verkaufe ich Gemüse aus einem Garten. Sehr schön. Ähm, okay. War das nicht die Mama dann von, ähm, wie ist die Kleine noch? Ähm, Kendra? Ich glaube schon. Äh, wir fragen mal. Also, sie ist Witwe. Das wird auch passen, weil der Vater von Kendra ja auch verstorben ist. Das passt auch. Ah, genau. Aber für Kendra war es schwer. Ein Mädchen in ihrem Alter braucht einen Vater, nicht wahr? Ja, schon irgendwo. So, du hast gesagt, du bist Heilerin? Erzähl mal was über Heilung. Ich heile nicht mithilfe von Magie. Die Monitorianer sind Magie gegenüber sehr misstrauisch. Ich benutze eine natürliche Heilmethode und verwende Kräuter. Ja, benötigt ihr einen Heiler? Ähm, ja, wenn es nix kostet, würden wir mal, ähm, unser Lebensbalken auffüllen lassen. Wir sagen mal ja. Oh, ich verlange 30 Monetari für meine Heildienste und keinen Cent weniger. Seid ihr damit einverstanden? Ähm, ich glaube, wir haben noch nicht mal 30 von der Währung. Das mit den verschiedenen Währungen macht die ganze Sache ein bisschen komplizierter. Nein. Ein andermal. Genau. Ähm, dann erzähl uns mal was über Essen. Ich baue Gemüse an und damit, die Stadt zu versorgen und manchmal damit zu handeln. Was möchtet ihr kaufen? Also kann man bei ihr doch Essen kaufen. Sehr schön. Ähm, ziemlich viel gesunde Dinge. Okay, jetzt akut brauchen wir nichts, zumal wir eh nochmal die Währung tauschen müssten wahrscheinlich. Aber wir haben zumindest eine Quelle, wo wir Essen bekommen können. Später vielleicht, mein Lord. Genau. Dann erzähl uns mal was über Kendra. Kendra vermisst ihren Vater schrecklich. Er ist schon viele Wochen verschwunden. Sie ist bald bereit, selbst ein Ritter zu werden. Ihr Vater wäre so stolz auf sie. Es ist ihr so ernst damit, ein Ritter zu werden. Sie übt immer zu mit ihrem Holzschwert. Ja, dann kannst du uns noch was über den Vater erzählen? Die Ritter sagen, dass Kendras Vater auf ehrenvolle Art und Weise starb. Aber sie erkennen die Wahrheit nicht. Er tat seine Pflicht aus Liebe zu seiner Familie, nicht um Ehre oder ihren Respekt zu verdienen. Da hat er vielleicht dann ein bisschen aus der Art geschlagen. Diese Art von Mut und sein Ursprung ist etwas, das die Ritter im Monitor nicht verstehen. Und solange sie dieses Verständnis nicht haben, kann es keinen Sieg in dem Krieg gegen die Goblins geben. Ja, die Herren sind da ein bisschen engstirnig unterwegs. Da sehr verbohrt auf Mut und Tapferkeit und bloß nicht zurückstecken. Na gut, hast du noch mehr Informationen für uns? Worüber wünscht ihr etwas zu erfahren? Über eigenartige Gegenstände? Von welcher Art von Gegenständen sprecht ihr? Ah, jetzt können wir nach unserem Zeug da fragen. Genau, wir haben ja diese Glasapparatur. Kannst du dazu was sagen? Dieses seltsame Gerät sieht aus wie nichts, was ich je zuvor gesehen habe. Könnte es eine Art Statur sein oder vielleicht ein magisches Gerät? Nein, junge Dame. Da wissen wir aus Teil 1 schon ein bisschen mehr, dass es so ein Alchemie-Zeugs ist. Thorn ist bekannt für seine Statuen, während Moonshade die Stadt der Magier ist. Vielleicht solltet ihr euch dort einmal umhören. Ja, ich denke mal eher an Moonshade dann. Dann erzähl uns mal was über den Bimsstein. Diese Art von Gestein ist hier nicht üblich. Sprecht doch einmal mit, Craig. Er könnte euch vielleicht helfen. Er mag lange Spaziergänge und manchmal entdeckt er seltsame Felsen und Pflanzen. Er bringt mir manchmal Alraunwurzeln mit. Alraunwurzeln sind ja auch ein Reagenz. Aber den hat uns doch schon mal jemand erzählt, dass wir mit dem reden sollen, weil er so viel in der Gegend rumstreift. Ich glaube, da ist der rote Stein mit gemeint. Dieser leuchtende Stein muss von einem seltsamen, unnatürlichen Ort stammen. Hier in der Nähe habe ich solch einen Stein noch nie gesehen. Ach, der leuchtet auch noch. Okay. Gut, begleite euch. Ja, dich auch, aber kannst du... Hallo? Was kann ich für euch tun? Nein, wir benötigen nicht deine Dienste. Wir möchten gerne weitere Informationen. Ich muss meinen Verpflichtungen nachkommen. Wir müssen das ein andermal besprechen. Ach, Mann. Na gut, dann halt mal nicht. Aber zu ihr müssen wir auf jeden Fall nochmal zurück. Sie hat noch mehrere Informationen, aber wir sind da noch keine Ritter. Gibt es ja sonst noch irgendjemanden auf dem Feld? Scheinbar nicht. Ja, also ich glaube, wir sollten dann doch mal vor die Tür gehen, aber bevor wir vor die Tür gehen, will ich auf jeden Fall noch zu diesem Kampfplatz. Ah, das müsste es da sein. Man hat uns ja gesagt, dass der von Mauern eingerahmt ist. Ich glaube, da kämpfen auch welche. Oh, da flog ein Pfeil. Okay. Da ist mir die kleine Kendra. Gehen wir mal bitte da hoch. Hi, Kendra. So musst du uns nicht nachlaufen. Oh, Kampfmusik. Ja, hier ist auf jeden Fall kampftechnisch was im Gange. Kommen wir da irgendwie runter? Da geht's runter. Da, da, da geht's runter. Da noch. Oh, da sitzt jemand. Ja, wir schauen uns erst mal, was er in seinem Schreibtisch hat, aber nein, nichts. Pekingier. Ja? Bitte tretet vor. Alles klar? Jetzt? Ja? Ich will mit dir reden. Ah. Na, welch ein gut aussehender Krieger. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Also man hat uns erzählt, dass wir hier trainieren können. Wer von euch wünscht zu trainieren? Ähm, fangen wir mal mit dem Avatar an. Mit wem wollt ihr trainieren? Ähm. Ah, jetzt können wir die, die einzelnen, ähm, ja, ähm, wie haben sie das noch genannt? Die einen einzigen Kommandomitglieder auswählen. Kaladin war ja der Bär. Mit dem Luthor hatten wir noch nicht geredet. Das Training kostet 50 Monetare. Ist das in Ordnung? Ist das ja jetzt Training im Sinne von Level Up oder ist das Training im Sinne von, äh, einfach mal ein Schaukampf? Ich glaube eher Training im Sinne von wirklich aufsteigen. Ähm, nee, dann zuerst mal nicht. Können wir überhaupt schon? Ähm, doch. Ausbildungspunkte hat er, โcb, ähm, Also da der Avatar ja diese Prüfung da alleine machen muss, würde ich gerne zumindest ihn trainieren lassen. So, dann schauen wir nochmal nach unserem Gold. Wir brauchen dringend einen Avakus. Wir haben 99 Filari, das ist die falsche Einheit und wir haben 76 Goldmünzen. Wir sollten dann auf jeden Fall mal die Goldmünzen in Monetari umtauschen und dann einmal trainieren. Ich habe zwar noch keine Ahnung mit wem, aber das werden wir einfach mal versuchen. So, der Münzwechsler war ja in dieser komischen Krypte da. Er läuft mal ein bisschen schneller. Wir haben doch keine Zeit und wollen aktuell auch nicht irgendwie hier irgendwelche Häuser durchsuchen von fremden Menschen. Denn das tut man ja nicht, ne? Wir werden es doch tun. So, dann nochmal hier rein. Die Jungs waren da unten irgendwo, ne? Dann, doch ich glaube hier, ja, dann sind die nicht mehr da. Ich hatte nochmal nachgedacht wegen dieser fehlenden Urne da oben. Da wir ja hier in geschlossenen Räumen sind, kann ja eigentlich die Urne nicht ausgetauscht worden sein durch so einen Teleportsturm. Denn hier kommt ja kein Blitzschlag hin. Also, wenn man ja eine Decke über dem Kopf hat, kommt der Blitz jetzt erstmal nicht so direkt zu einem durch. Wo war denn das noch? Hä? Wieso liegt da jetzt eine Armbrust? Als wir das letzte Mal hier waren, war hier nichts. Hä? Egal, Armbrust, es ist gerade keiner da. Bitte mal mitnehmen. Yolo wird sich bestimmt freuen. Hm, seltsam. Egal, wir brauchen eh noch Waffen. Ich glaube, die Bree hat noch gar keine Waffe in der Hand. Hä? Wo kam jetzt die Armbrust her? Vor allem, wenn da vorher nichts war. Keine Ahnung. Vielleicht macht es irgendwann mal Sinn? Aktuell macht es aus meiner Sicht ja nicht so viel Sinn. Ah, sei es drum. So, wo war jetzt der Typ, der das Geld tauscht? Wir hätten doch tauschen sollen. Hier ist niemand. Wir machen mal jetzt immer wieder die Tür hinter uns zu, weil wir später noch genauer untersuchen wollen. Und da sind ja offene Türen immer ein guter Hinweis. So, Herr Geldwechsler. So, hier und im nächsten Raum ist niemand. Ich mache nochmal zu. Da standen auch eine ganze Menge Bücher auf dem Regal. Die schauen wir uns dann alle nochmal an, wenn wir hier auch richtig die Gegend unsicher machen können, uns mit den Leuten richtig unterhalten können und so weiter. So, ich hole mal die Hohen. Was ist da drin? Das erste ist ein K-E-L-I-A-K-E-L-I-A-K-E-L-I-A-S. Das könnte ein Eigenname sein. Ähm, fein, ne, ke-kel, 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 pelze wahrscheinlich. Dann ist das K doch ein P. Also ein Pelzhändler. Ups. Eine Dame. Ich schätze mal, dass dieser Steuertyp, dass der vielleicht im Rathaus sitzt oder so, das sollte ja dann ein größeres Gebäude sein, weil er gesagt hat, dass er da den Papierkram für den Lord Marston macht. Da ist so ein Gewächshaus was. Hallo, Jungs. Was haben wir hier? Eine Wand, das ist korrekt. Ähm. Das ist ein S-T-Stadt. Stadt klingt schon mal gut. Ähm. Halle. Stadthalle. Da könnten wir doch richtig sein. Rein da. Ha, da ist der Typ. Mit dem komischen Käppi. Seid gegrüßt, mein Lord. Ja? Ja, wie kann ich dienlich sein? Äh, wir möchten Geld umtauschen. Münzen uns umtauschen verlange ich einen kleinen Prozentsatz. Genau, das hast du uns ja schon gesagt. Wir sind einverstanden. Welche Währung wünscht... Welche Währung wünscht ihr? Wir wollen Monetari. Welche Währung wollt ihr in Monetari tauschen? Äh, Goldstücke, da das ja hier scheinbar keine offizielle Währung ist. Ich kann euch ein Monetari für jeweils zwei Goldstücke geben. Seid ihr mit dem Wechselkurs einverstanden? Ja, also keine Ahnung, ob das jetzt ein guter Kurs ist oder nicht. Wir machen das jetzt einfach mal. Wie viele Goldstücke wünscht ihr zu tauschen? Alle? Ja, machen wir alle. Ich nehme eure 126 Goldstücke und gebe euch 63 Monetari. Abzüge ich meine Gebühr von zwei Monetari. Ach, das kommt auch noch oben drauf. Macht das einen auszahberbaren Betrag von 61 Monetari für euch? Die Münzen gehören euch. Wünscht ihr noch weiteres Geld zu wechseln? Nein? Ich weiß nicht, ob du ein Halsabschneider bist. Machen wir mal wieder zu. So, dann gehen wir jetzt zum Training schauen. Machen wir den Avatar ein bisschen fit für die Prüfung. Ach so, wir können ja noch mal schauen, wo hier ein Gefängnis ist. Denn wir wollen ja noch nach YOLO sehen. So, das ist ein L gefolgt von einem Y. Y-lydia-stat-ta-ta-da-ta-ta-to. Tätowierung? Ach so, macht ja Sinn. Die sind ja hier alle im Gesicht tätowiert. Dann macht es Sinn, dass es hier auch ein Tätowierstudio gibt. So, wo war jetzt diese komische Kampf-Arena? Was ist das? Das ist ein Festhalle, da hat sie schon gesagt, gibt es einen Bug, wenn man da durch die doppelflügelige Tür reingeht, dass man sich da irgendwie eine Nebenquest verbaut oder so. Also da sollen wir auf jeden Fall erst mal nur durch eine östliche Tür rein. Ich fand nochmal gerade, wo die ist. Ah, das ist dann wahrscheinlich diese Tür da. Müssen wir uns merken und nicht irgendwie unkontrolliert durch die falsche Tür reinlaufen. Erst wenn es da drin Essen gab, dann dürfen wir durch die Haupttür rein. Wie auch immer, werden wir irgendwann rausfinden. So, wir möchten jetzt mal trainieren, dann kann ich die Runen mal wieder weglegen. Und ich schreibe mal die Werte auf, die der Avatar aktuell hat, damit wir rausfinden, was wir trainiert haben. So, also 18, 18, 25. Ähm, 14, 29. So, dann reden wir mal mit ihm. Ja, bitte tretet vor. Ja, wie weit sollen wir... Äh, Jungens, ich hab nichts gesagt von hinsetzen. Hallo? Ja, genau. So, zu Diensten. Genau, wir möchten trainieren. Äh, der Avatar. Mit wem wollt ihr trainieren? Ähm... So. Kaladin, hatte ich ja schon gesagt, das war ja der Bär, dass der in erster Linie wohl Stärke trainiert. Ähm... Ja, wir trainieren mal mit Kaladin. Keine Ahnung, ob das jetzt gut ist oder nicht. So, kostet 50 Monetari, die haben wir. Ja, das ist in Ordnung. Hey Kaladin, dieser Krieger hier wünscht mit euch zu trainieren. Ich werde euch nun trainieren. Genau, das war der, den ich noch im Kopf hatte. Welche Waffe bevorzugt ihr? Ähm... Macht das einen Unterschied? Also, wir werden wohl eher Schwerter tragen, weil ich Schwerter mag. Aber jetzt in unserer Ritterprüfung sollen wir ja nur Streitkolben bekommen. Wir trainieren mal mit Streitkolben. Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht. Ihr könnt kein Blut sehen, was? Der Morgenstern ist der Streitkolben des wahren Kriegers. Äh, ja, machen wir. In Ordnung, wenn ihr mit mir dann folgen würdet. Natürlich. Ah, die laufen... Der läuft jetzt selbst, okay. Ich mache jetzt gerade nichts. Muss ich jetzt irgendwas tun? Ja, jetzt darf ich dann selbst immer zukloppen. Gib's ihm. Ich habe euch mit bloßer Kraft überwältigt. Lernt aus dieser Lektion, mein Freund. Ja, ich weiß es. Wir sind noch schlecht. Sehr gut, sehr gut. Sagte er, als er dir deine Ausrüstung zurückgibt. Ja gut, wir haben ihn gerade ziemlich drauf gekriegt. Aber der hat auch so ein großes Schwert und wir haben nur so ein kleines Kölbchen. Ah, und wir wurden auch wieder ein Stück weit geheilt. So, jetzt schauen wir nach unseren Werten. Wieso hast du eigentlich den Beutel in der Hand, Avatar? Und eine Schleuder? Was ist mit dir nicht richtig? Du hattest mal... Bist du nicht mal ein Schwert in der Hand? Achso, das ist da. Kannst du mal bitte die Schleuder weg tun? Das ist albern. So, und auch nicht den Beutel, sondern ein Schild. Nee, du hattest doch... Wo ist... Achso... Das Zeug macht mich da, ist sein Schild. Als klar, dann pack den anderen mal auf den Rücken. Jetzt siehst du aus wie eine Schildkröte. Äh, nicht persönlich, nee. So, wir haben trainiert. Und eigentlich wollten wir dann nach den Punkten schauen. Ja genau, wir haben Stärke dazu bekommen. Und Kampf. Stärke 2 und Kampf plus 2. Ich glaube, das ist so gar nicht so schlecht. Glaube ich mal. Egal, den behalten wir uns mal im Hinterkopf. Das scheint ganz okay zu sein. So, der Avatar ist jetzt einmal aufgestiegen, hat jetzt auch Ausbildung 0. So, also mehr verbessern können wir ihn nicht. Und wo ist der Rest unserer Mannschaft? Ada. Hi Jungs! So. Alles klar, dann haben wir das Training abgeschlossen. Und dann suchen wir noch Yolo. Den würde ich noch gerne aus dem Knast kriegen. So, das war dieser Festsaal. Er wird wohl kaum im Festsaal im Knast sitzen. Das scheint ein Gasthaus zu sein. Diese Blitze sind toll. Aber ich habe immer noch nicht verstanden, wie die Abendbrust in die Krypta kam. Also in die Krypta. Das hat sich mir noch nicht erschlossen. So, hier ein Brunnen. Da kann man raus trinken. Halt da irgendeiner? Ne, nicht wirklich. Hier gibt es viele Brunnen. Die alle nicht heilen wahrscheinlich. Äh, sei's drum. Wir sind in einem idyllischen Park. Und da war der, der Steuereintreiber. Hm. War das das Tätowierstudio? Ne, das war der, der Pelzladen, glaube ich. Was war hier? Aus... Ausstatter. Ausstatter irgendwas? Da schauen wir mal kurz rein. Feinste Waren, nur hier. Ist recht. Hallo, Sir. Hallo? Ah, Craig. Craig ist doch derjenige, der immer draußen rumstreift. Ich bin Craig, der Ausstatter. Wenn ihr irgendwelche Waren braucht, kann ich sie zu einem fairen Preis anbieten. Dann... Ja, mit dem sollten wir uns jetzt noch unterhalten, bevor wir zum ersten Mal vor die Tür gehen. Äh, Informationen. Jemand hat euch zu mir geschickt? Was? Nun, ich werde versuchen, euch zu helfen. Was wollt ihr wissen? Äh, erzähl uns mal über den Bimsstein. Ich weiß, was ihr meint. Solche Gesteine kommen aus den Tiefen der Erde, wo Lava frei fließt und tödliche Gase im Überfluss vorhanden sind. Standard. Der Schmied war auf seinen Abenteuern des Mutes an Orten wie diesen. Er kann euch sicher mehr darüber erzählen. Ja, Bimsstein ist ja irgendwie komprimiert, äh, Stein mit Gasen drin und deswegen ist der, glaube ich, so leicht und gelöchert. Ich glaube, so irgendwie war das. So, Ruinen. Es muss hier einen großen Krieg gegeben haben in den Tagen, als die Dämonen über die Schlangeninsel herrschten. Meine Spaziergänge haben mich tief in die unnustringlichen Wälder geführt, wo ich viel Geheimnisvolles gefunden habe. Ruinen aus seltsamen Steinen, Artefakte aus Messing, manchmal ein Totenkopf oder eine zerbrochene Waffe. Und immer das Zeichen der Schlange. Zeichen der Schlange? Habt ihr euch nie gefragt, warum unser Land Schlangeninsel genannt wird? Überall, wo unsere Vorfahren hinkamen, fanden sie das Zeichen der Schlange. In Schnitzereien, Statuetten, in den vielen alten Ruinen. Monitor selbst wurde auf den Ruinen einer alten Stadt aus der Zeit der Schlange gebaut. Ah, deswegen dann wahrscheinlich auch dieser eine Raum in der Krypta mit diesem Schlangenportal. Das macht Sinn. Dann wechseln wir mal das Thema, meinetwegen. Ähm, Vorräte. Ich verkaufe viele Dinge, die ein Krieger auf Reisen außerhalb der Stadtmauern gebrauchen könnte. Ich kaufe zudem einige Dinge, die ich brauche. Ach, man kann hier auch wirklich verkaufen? Also Teil 1 konnten wir nur Goldbarren, Nuggets und Edelsteine und Schmuckzeug verkaufen. Kauft ihr dann auch anderes Zeugs? Möchtet ihr etwas kaufen oder verkaufen? Ähm, wir schauen mal, was wir verkaufen könnten. Ich kaufe einige Gegenstände aus Leder, mein Lord. Aber ich fürchte, meine Preise sind nicht verhandelbar. Ich kaufe Lederwaren, wenn ihr welche habt. Was wollt ihr verkaufen, mein Lord? Aktuell mal zuerst mal nichts. Aber gut zu wissen, dass wir Leder kramen, können wir hier auf jeden Fall zu Geld machen. So, dann... Was hast denn du zu verkaufen? Wir möchten kaufen. Wir können Lederwaren und Vorräte kaufen. Vorräte gibt es Nierengurt, Rucksack, Schaufel, Fackel, Bettzeug. Bettzeug haben wir, Spitzhacke, Dörrfleisch und Brotwaren. Also hier kann man auch Essen kaufen. Das ist gut zu wissen. Aber wir sind momentan so ein ganz klein bisschen knapp bei Kasse. Fackeln haben wir noch einige in den Taschen. Dann zeig uns mal noch deine Lederwaren. Rüstung, Handschuhe, Stiefel, Helm und Hosen. Alles klar, behalten wir im Hinterkopf. Nein, wir möchten sonst nichts kaufen. Und wir sagen ihm mal Lebewohl. Eigentlich wollen wir nach Juno schauen. Der fragt sich bestimmt schon, wo wir bleiben. So, das sieht nach einem Waffenladen aus. Wir linsen mal kurz rein. Ja, das sieht nach Waffenrüstungsladen aus. Also jenseits der Lederwaren. So, was haben wir hier? Hier haben wir ein Gefängnis. Sehr schön. Ist da Yolo drin? Oh. Hi, Yolo. Hi, Yolo. Wie geht's dir? Mein lieber Freund, helft mir, Avatar. Bitte befreit euren alten Gefährten. Das alles ist ein fürchterliches Missverständnis, my Lord. Jener Sturm hat mich in diese seltsame Stadt gebracht. Und weil ich ein Fremder bin, haben sie mich eingesperrt. Sie behaupten, ich sei ein Zauberer. Sprecht mit Lord Marston und versucht meine Freilassung zu erreichen. Ich weiß, dass ihr mich nicht im Stich lassen werdet. Ja, aber Lord Marston hat ja irgendwie so anklingen lassen, dass wir zuerst mal Ritter werden müssen. Hab Mitleid mit deinem alten Mann. Ja, ich hab Mitleid mit dir. Hier gäbe es zur Not auch noch Essen so zu mitnehmen. Halten wir auch mal im Hinterkopf. So, aber jetzt werden wir uns mal diesen komischen Rittertest dazu wenden, damit die Leute hier auch mal gescheit mit uns reden und wir auch mal Bücher lesen können und all die schönen Informationen aufsaugen können, die es hier gibt. Und es müsste dann im Norden einen Ausgang geben, denn man hat uns ja gesagt, dass wir der Straße nach Norden folgen sollten. Und die ersten sind hungrig. Ein Träumchen. Wie habe ich es vermisst? Dieses ständige Gewängeln. Ich hab Hunger, ich hab Hunger. Ja. Ah, hier, das sind schon mal so auch noch Ruinen von damals. Hm. Eigentlich würde ich gern den Ausgang finden. Hm. Ist hier ein Ausgang? Oh, wir müssen den Ausgang aus der Folge finden. Ah, da ist auch der Ausgang. Ähm. Denn es ist schon wieder viel zu spät. Also, bis gleich. Bis gleich. Bis gleich.